Also ich weiß ja nicht, was sich der Mod-Entwickler bei diesem Mod gedacht hat. Dann gucken wir uns das doch mal an, was für Krüppeldinger aus wie... Dingern kommen. Es soll ein Setzding sein. Wir befinden uns gerade in Minecraft und wir spielen den Tree Plus Mod, den ich euch jetzt vorstellen würde. Oder heißt der Tree Super Tree? Keine Ahnung. Mir auch egal. Fangen wir erstmal an. Hier haben wir den Cherry Sapper, auf dem sollten, glaube ich, Kirschen kommen. Keine Ahnung. Oder soll halt nur auf dem Weg gehen, die Kurschen. Dann Redmarkel. Okay, das ist halt... Ein normaler Baum. Aber der ist... Hat rote Blätter auch. Was zum Teufel ist das denn jetzt hier? Ja. 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 Was war das eigentlich für ein Baum? Ja, das ist halt ein... Riesiger. Was haben wir denn hier? Mal eben mal schauen. Yellow. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen wie es ist, oder? Der ist... Geld. Der ist lila. Also das ist... Mit einem sehr farbenprächtigen Minecraft-Welt, liebe Freunde. Am besten nehmen wir uns mal nach Spitzern. Und... Was muss denn Apfelbaum da? Nee. Keine Ahnung. Das ist die Bonne, also was die Stämme weckern, das ist ein eigener Mord. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich will mal eben... Gucken, was passiert, wenn man das hier mal macht. Dann brauchen wir mal... Wie gesagt, man braucht nie wieder Holz. Was haben wir hier? Ekalyptus? Das ist aber nicht. Das Ding sieht mir so aus wie so... Ja, das ist doch so schön.